Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dabei, es möchtest du? Wir machen jetzt eine ganz normale Duorunde. Wird seine Runde rasieren? Mhm. Hoffentlich mal. Ja. Leute, ihr müsst wissen, wir haben seit Wochen keinen Wind mehr holen. Kann ich noch einen Wind holen? Ja. Ich hatte gestern so eine Solorunde mit 6 Kids. Ich bin so tildet gegangen. Also ich war Lucky und bin dann aus Lucky mit 5 Kids rausgegangen. Dann war in Zoldina einer den Pumpkinverkehr raus. Dann hatte ich Gold Skull, Gold Heavy und blaue Pump. Mit goldenen Namen Bull. Ich stehe ganz so krass. Wenn ich so nach Tildet chillt, kommt so um die Ecke. Da chillt einfach nur von der Heavy schon gar nicht für den Hedgehammer. Und du hättest ihn eher gesehen. Sag mal so. Du hättest Double Heavy gehabt. War das für ne Golden Heavy? Er hatte ne Lila, ne Lila und ich hatte Double Gold. Du hättest Double Gold. Und das wär schon okay gewesen, Freunde. Ball kommt auch auf meinem Kanal ein Minekraft Projekt. Ich hoffe ihr werdet hype das dann auch. Der ist Solo oder ist Duo? Und wo? Irgendwo. Ich kann auch noch hab ich jetzt mal gesehen. Aber der war auf dem Fall Alena. Ich bin Bauer. Ja, ich bin meine, ich hab Double Tactical. Ich hab drei Tacticals. Hast du ne von? Ne, ich schieß einfach grad mit Granaten rum. Ich hoffe das war's in Kinder. Nein. Oh, ich hab ne blaue Maschinenpistel, Digga. Bei mir liegt noch ne graue. Pass auf, wenn du dann runter kommst. Ich hab den Tower ein bisschen kaputt gemacht. Ja, in meinem Haus drin. Wo? Der, das ist... Der, das ist... Der ist Solo. Der ist Solo. Alles. Alles gut. Hätte ich auch was kriegen können davon? Danke. Warte. Gott, wenn du die Jagdpfehl hier oben sind. Ne, ne, da liegt noch eins. Ich wollt das Jagdpfehl gar nicht haben. Bist du nicht oder isst du noch? Ne, ich nicht. Ne, ne, da liegt noch Jagdpfehl. Ja, trotzdem. Wo genau? Ja, ich dachte, ich hab eigentlich gedacht, tote Ritterin, weil du sagst, tote Ritterin. Ja, ja, das sah ja auch so aus. Deswegen ja. Ich hab ein Minigarn. Jo. In Jolt. 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 Wie weit mitten da ist? Ja, wir müssen halt wieder bis nach Solti. Hier liegt gar kein Jagdpfehl, Junge. Auf dem Balkon. Ach, das w choices just on. Ich verm Miller vom krant. Ja. Ne, na. Dann nehme ich mir vor den anderen Ort. Also dass du keinen mittleren Schalm anbossst. Oh, daslesiafläten mit den Brahen und das Hauskant der Google� Hummel sind, wenn du gem affordable halt oder nicht hast, neben meinem Haus daneben? Ne, neben deinem Haus einfach. Hä, da ist aber gar kein... Ne, in der... Nicht... Hier, da... Da... Ne, Mini an den Joll. Ja, die Joll. Lass mal öpfelgern. Weil, Junge, du machst dich einfach auf 100er Schild und ich steh hier mit gar keinem Schild da, Alter. Äh, hier liegen, hier sind Mini-Schilds drin in dem Haus, ja. In welchem? Hm, hm, hm. Ne, neben deinem Haus, Dani. Ja, ist okay, Mensch. Guck doch, ne. Die Mini-Tar ist voll. Er hat sich am Hof war dir traut, warum mit Solo wärst du? Ja. Und da hat er nie gedacht, dass wir kommen. Wie sieht denn dein Mini-Tar jetzt aus? Äh, grün ist ohne leer, blaue Pump, blaue Tech, SMG und... ja. Also im Nahkampf sehen unsere Inventare gleich aus, von wegen, ähm... Pump und Tactical, außer da schnell und schon so unter dir habe. So ohne, komm ich. Tempo nehm ich jetzt noch schnell hin. Fuck. Warte. Ich will bloß sagen, Taschenfestungen freuen, die ihm... fatal. Ja, hat er gesehen. Grip. Im Tempo liegt dann ein Big-Shield hier ganz unten. Hm, hm, ja. Oh, hier lebt sogar noch der blaue Pump. Die du übersehen hast. Hab ich schon. Ich will, äh, Tech-Pump, äh, Pump-Tech. Ich weiß. Digga, warum kommt... Kommt die Sonne auf unserer Seite so schnell, alter? Weil hier am schnellsten... Ne, eigentlich müsste die Links am schnellsten kommen. Ja. Äh, die Linke kommt auch am schnellsten. Nein, die kommt bei uns am schnellsten. Nee. Hä, Junge, die ist richtig langsam bei uns. Nee. Ach, guck mal, ich bin ja schon fast so. Ich nicht. Ich hab'n Jagdgewirr und nur einen Schuss für. Oh, die ist mal Lucky. Und die ist mal Lucky. Und die ist mal Lucky, die kann 36. Ich kann nicht mal den. Die ist mal Lucky und die andere ist, äh, in den Fußballwart. Krass. Nicht mal. Unsere ist schon über Lucky, Junge. Unsere wird... ist schon fast über's Tempel. Und da ist das erst bei Fußball angekommen. Ja. Sind wir nicht mal bei Fußball jetzt angekommen. Mann ist toll rum, wir heute ziehen. Äh. Digga, Magic. Hier so... Ey, Digga. Ich seh' sogar schon... schon die Zone auf... beide... also den Sturm und die Zone... auf der Map. Mini-Map. Papiert der überhaupt irgendwas? Ja, Moin, als ob der Bowl dort, äh... Gibt's dir das Magic? Ja, komm erstmal mit dem Zone. Äh, kannst du, kannst du die SMG mitnehmen? Und die Mini-Shirties vielleicht? Weil ich bräuchte die. Ähm... Ich hab' für dich mit dir keine Sorgen. Okay, wotan. Ach Gott. Ich hab grad... die scheiß SMG... meine... Pistel-Munni aufgebraucht. Weil ich brauch nämlich Mini-Shirties. Bei Mini-Shirties... konnte ich mitnehmen. Also Mini-Shirties war kein Problem. Na, die SMG war ein Problem eigentlich. Na, die SMG war ein Problem eigentlich. Ja, den will ich nicht haben. Ange, ange, ange. Träge ich die mit Kieks, ange. Er schießt mit Farmas. Ja. War das eine lila Farmas? Ja, Lila, hab' mit mitgenommen. Hm. Hm. Also, diesmal eh das darf. Mach' du gar'n Video? Ja, mach's mal. Ja. Ähm, krieg' ich mal's, ne? Ja, gleich hab' 60. Ja, gleich hab' 60. Löstiger. Was immer noch null war. Ein. Danke. Ja. Ich kann mir ein Kristall. Hm. Wovon die wehren? Wir werden... Gönne die... Gönne die blaue Sturme, ja. Hm. Ist auch schon schlafen. Wir fangen ja gerne noch hier rüber. Und das kaputt da aus. Ja. Ich hab' auch 600 Holz. Liegt nochmal ne grüne SMG. Ne graue SMG. Wie viel Holz hast du? Ich habe... 700. 646. Jo, Alter. Und wie hast du bitte? Ich hab' 181. Jaaaa. Wir haben voll Schild, Leute. Nein. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja, ja, ja. Noch'n bisschen. Schild. Wie viel Geld haben wir? Zwei. Zwei. Auf ehem hat's schon zwölf Geld, Alter. Safe. War'n welchen? Da ist jemand. So. Ja, der war ja. Ja. Also mir fehlt jetzt eigentlich noch ne Bowls. Ja, eigentlich. Also wenn ich's... nicht ein blaues Jagd gewerb. Hä, der ist so dumm, der hat immer die Sniper und wieder oben gemacht. Jaaa, moin. Jaaa, moin. Jaaa, moin. Jaaa, moin. Mit der Zeit wirst du durch das zu gehen. Ne, lass doch um das zu vorbei gehen. Und wird dadurch das zu durchzumachen. Ich hätt' gesagt, durch das die Welle wegen zu ne eigentliche Vegan. Ne, aber linksum haben wir das. Dann kommt ja am Lenk... ähm... Ne, so schnell jetzt. Ein langsamchen. Oh Gott. Guck mal vor uns. Was dann? Ach, rechts, ne? Ja, nicht mal goldene. Pas auf jetzt ne goldene Skala, alter und der rappt sich die... weil der einfach schneller ist. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ok, hier ist nichts. Das Zone kommt. Das Zone kommt. Prozent KT hat man so lange ich bin erstand hier in der Formel ich hatte mit Jack der Mecklenburg die Kürze Ende von den Bächern um ihn ja ich will sie sehen aber ich bin die Gruppe an die Tiefel in die Akum an die Kunde gegen die auch ziemlich schnell das heißt und dazwischen schütteln das hier lasst ihr bei mir das hier links dann können das so am rand dazu lang laufen ich hab halt nicht mehr über 100 schwimmel das richtung zone gehen wir könnten gucken in bergen ist außer tomato halt nicht mehr drin na und ich denke mal das wird belegt dann da liegt eine bowl die blau noch eine blut pump und ich immer weiter ich habe das gefühl dass sie nicht mal mehr jemand drinnen ich habe das gefühl sind alle so wie das da so aus von weiten so wie ein kopf der blosse rumsteht ja das ding ja ich habe ich auch mal in ich habe sogar da ist noch nicht mal jemand ja da vor uns in welchen muss man sehen dass auch der doch scheiße sind da um echter schürze also hier oh ja kann man hier damit damit die tower und vor uns bettet sind dort ok und neben uns auf dem berg sind auch noch welche die müssen halt glaube ich zonen hab ich recht hab ein alter die die ich hätte halt jetzt gar nicht wenn man hat es gar wenn wir die kriegen zu mindestens mal ist die gemeine hat auf jeden fall die laska gelootet die herrn ist egal wenn du die hast du nun an sturmgewehr für mich jetzt krieg ich was krieg ich spaß an guck mal vor uns die da mit hinter dir was für dich hast du auch bold nun für mich ich hab dir mal meine ganz bold nach ich habe ja mit absicht wir müssen vor uns sind welche was ein problem werden ich habe den einen auch so richtig geil geholt der springt in mein schuss rein und boom headshot dauernd der oben war halt 24 24 ja du musst aber aufpassen jetzt hier auf den berg sind nein ja ich sehe da weil auf dem berg noch welche gebaut hatten dachte ich das bereiche sind lassen wir lassen in die zone dann haben wir den vorteil 2 gegen 2 gegen 2 vielleicht wird das der nächste win vielleicht auch nicht wir haben halt beide kein 100er schild und vor uns sind schon wieder welche so wie es aussieht ja hier neben uns ist ein loot drop komm mal mit da am besten snipen dann das war so close ne melke warte 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 nein komm einfach nur tropf ok ne ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme das problem ist ich muss weg nein leute mein papa ist mein vater ist gerade da das problem ja ich weiß ich weiß nicht mein vater ist gerade da mein vater ist gerade da ja ja und du bleibst es hier du bleibst es hier du kannst es hier ich lass ihn ich bin bloß kurz reinlassen eigentlich Sauce ich komme ich musste kurz rein lassen nochmal ok Wo sind die Typen? Oh, der hat Double Heavy, der hat Double Heavy. Oh, der hat X-Sitter so, der hat Verbände. Ja, das brauche ich ja nicht mehr. Hast du, ähm, Raketen? Ja, das stimmt. Danke. Bin voll. Wo sind die? Hab, einer hat Hit. Nee, da kommst du ja nicht so weit. Na, ich merk's. Der eine hat Hit. Der eine läuft nach vorne. Der, äh, der Blockbuster-Skin ist der mit dem Hit, ne? Wir müssen weiter, Melty, komm. Lass aber hier bleiben. Hier kann man bleiben. Oh Gott, das war so close. Die haben jetzt Xonen-Damage bekommen. Ich muss schnell nachladen. Puschen. Ja! Acht Kills. Jo, äh, du hast acht Kills? Neun Kills? Neun Kills? Neun Kills? Ich hab's, ein. Neun Kills, Freunde. Oh Gott. Jo, wie das einmal auf jemanden. Nee, eh, Snipe, ich bleib' mit, und eh, ich würd's gar ein Headfall. Ja. Gut, Freunde. Das war's mit dem Video. Oh Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017